Wenn Sie einmal in die Oper gehen, und sich das Orchester dort besehen, vielleicht sehen Sie im letzten Eck, so zwischen Tür und Angel, jemand stehen, der spielt ein Instrument, genannt Tri-Onkel. Wenn Sie die Person betrachten, denken Sie an mich, denn die Tri-Onkel, die spiele ich. Die Tri-Onkel Und da sitz ich mitten im Orchester drin, und ich halte in der Hand mein Tri-Onkel, und endlich schaut der Dirigent auf mich hin, und dann steh ich auf und mach. Ich komm erst auf Seite 89 dran, denn Zeit hab ich keinen Ange. Ich könnt ja was lesen, doch da schaut er mich an, und dann steh ich auf und mach. Die Opern, die kenn ich von hinten nach vorn, nach den Bozzäger, nach den Rienzen. Partitur, die kenn ich bis Bratz und bis vorn, auch die schweren Kadenz. Meistens werde ich schläfrig von all dem Getös, ganz besonders bei Richard Strauss. Doch schlafen geht nicht, der Dirigent wär ja böse. Er braucht mich doch gegen den... Ach, wär doch die Oper schon aus. Ja, es ist schwer zu glauben, doch einst war ich Junge und war in der Akademie. Ich studierte Gesamt, Mittelarm und Schwung, meine Technik erregte Begeisterung. Und man machte mir ein Genin, unvergleichlich meine Pamina, einzigartig meine Gravella, furios die Donna Evira. Nicht von dieser Rebeine des Feders, sensationell mit Aufrund starker Macht, nannte man meine Königin der Wacht. In Figaro's Hochzeit zog mich jede in den Kartin. Und dann sagt man gehen. Oh, so frechlich ist dein Schande, Freidentheil und frohe Zeit. Susanna, ist's wirklich, da bin ich. So lang hab ich geschmachtet, oh, nur hoffentlich geliebt. Sie finden mich bereit. So kommst du. Ja. Lass mich nicht warten. Nein. Du kommst im Garten. Nein. 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 Ja. Sie finden mich bereit. Ach, wär doch die Oper schon aus. Ach, ich war jung und liebte die Musik. Und eines Tages sah ich mit viel Vergnügen neben den gesamten Werken Glucks im Musikgeschäft auch ein Tee an Gliegen. Da lachte ich und kaufte es aus Jux. Ja, ich frage dich. Untertitelung. BR 2018 Und da sitz ich mitten im Orchester drin, im Schatten der großen Trommel. Gleich kommt mein Einsatz, ich schau gar nicht hin, ich stehe nach und mach. Die Schinellen machen einen Riesenkrach, ich wär lieber bei den Schrammen. Doch jetzt wird es leiser und ich mach noch einmal. Die Violinen weinen jetzt, die Schelling und Bässe ergrimmen. Die Flöten jubeln, das Glockenspiel lacht. Ein Triantel kann man nicht einmal stimmen. Man wird so nervös und der Sessel ist hart und nie bekomm ich Applaus. So sitz ich halt da und wart und wart, bis ich aufstehen darf und mach. Und dann ist die Oma auch. Aus! Aus! Applaus